voller demut und ein kleines bisschen charme muss ich mich entschuldigen ich habe hier gesagt dass bei dem letzten splatoon 2 video mir felis oder bei elis irgendwie bekannt vorkommt bekannt vorkam und ich habe mir nicht sicher ich weiß nicht mehr wissen das noch mal und das war irgendwie nicht gespielt oder so das war wirklich also jetzt wird ja also ich habe gesagt der name kommt mir irgendwo bekannt vor ich weiß nicht wohin hin tun soll und ich habe auch gesagt ich habe mir gleich entschuldigt ich habe probleme mir gesicht oder namen zu merken geburtstag ist ganz schlimm ja ich zeige euch mal woher ich welis kennen sollte moment das ist von ihr das ist ein das ist ein bild wo das ist ein bild wo ich als komischen jahr aufgegeben habe und ein wunderschönes bild es zeigt rocket rocket the pirate raccoon mit zusammen mit sorin supernova einem tiger fuchs hybriden auf dem planet einfach auf dem eisplaneten knallach und im hintergrund wie die supernova langsam aber sicher das ganze planetensystem röstet und unfassbar schönes bild unfassbar schön die atmosphäre das wasser konkretes wasser und die supernova im hintergrund wo sie da mal explodieren und dann müsste man eigentlich schon tot sein aber kipp hat ja vorkehrungen getroffen ist das alles in seiner in seinem roman dann zu lesen ich will jetzt hier nicht zu viel sagen nur der titel supernova wird natürlich euch schon verraten um was es geht es geht um eine supernova feli es tut mir leid es tut mir leid dass du bist auch bei splatoon dabei und ja ganz tolle spiele also ich wollte ich wollte das war echt keine absicht also hier nochmal mein dankeschön seht ihr jetzt ist das bild von facebook hat auch keinen bock mehr ja 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 toll super ja ihr hört meine stimme vielen 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 dank noch mal für dieses richtig richtig schöne bild so auf facebook markt nicht mehr dann machen wir eben dann machen wir eben lafo ganz weg so tschüss ja vielen vielen dank für dieses ganz tolle bild also ich habe schon sehr sehr ausgiebig auf facebook bedankt und auf twitter bedankt und jetzt noch mal hier auf youtube und so es geht wieder und jetzt mal ein das war jetzt so ein bisschen random video ich habe noch überlegt soll ich auf dem kanal rocket supernova klaten oder hier auf kipp supernova aber gibt es wahrscheinlich mehr reichweite und wir wollen der lieben feli es ja ein bisschen reichweite können ja und wenn euch das bild gut gefällt dann nimmt mit ihr kontakt auf sie ist auf facebook sie ist auch nicht auf verbindet ihn auf bitte bitte mich jetzt nicht schlagen und sagen hey weiß ich nicht mehr wo du den kontakt hast ja also ich weiß es echt nicht mehr ich habe ein sehr schlechtes gedächtnis ja gut das war es auch wenn mit dieser seite wenn euch das video gefallen hat das wieder hat alles hier so ich glaube ich mag den besten schluss das muss am wetter liegen ja hashtag wieder über deutschland das war es das nächste mal gibt es dann wieder was spannendes oder was zum spielen und bisschen schokolade schokolade nicht egal ja das war es von meiner seite ich wünsche euch einen schönen tag und auf bald hat's gut und bleibt neugierig und gesund und spielt splatoon